Ja moin ihr Süßigkeiten, herzlich willkommen zurück, es gibt mal wieder, wie könnte es anders sein, Trash News, die seit gestern passiert sind und ich sage euch bereits vorab, wir werden unter anderem auch wieder über Thorsten Legert und Sarah sprechen, aber das packe ich wieder ans Ende und mache da wieder eine Spoiler-Warnung vor, weil ja ein paar Leute das nicht wissen wollen, es lohnt sich jetzt nicht darüber ein separates Video zu machen, deswegen mache ich es wieder am Ende, aber keine Sorge, das sage ich euch dann nochmal. Heute wieder im 90er oder 2000er Style, diesmal nicht mit Haarreif, sondern mit dieser geilen 90er, 2000er Kette, also ihr merkt schon, ich bin voll im Fieber irgendwie, seitdem ich letztens mitbekommen habe, dass das alles wieder modern ist, also Schlaghosen kaufe ich mir trotzdem nicht, die Zeit ist echt vorbei, ich glaube da bleibe ich bei Highwaist und ja, skinny, aber das mit dem Haarreif und diese Ketten, die fand ich auch so geil, na wie findet ihr die? Das finde ich gut. Und wir starten direkt mit der Nachricht einer Followerin, die mir geschrieben hat, dass sie letzte Woche Maik Haiter im Flugzeug nach Koh Samui gesehen hat, also nach Thailand. Und da könnte man natürlich sagen, ja Alina, wie gut kennst du deine Follower, kennst du den besser, kann man sich auf denjenigen verlassen und deswegen, ich bekomme ja super viele Nachrichten auf Insta, manchmal halt auch, also oder oft auch Sachen, die man jetzt nicht irgendwie belegen kann oder so und wo ich mir da auch unsicher bin, weil es denke ich mal auch vielleicht ein paar Leute geben könnte, die sowas irgendwie extra schreiben, weil sie das, weiß ich nicht, einfach so aus Spaß an der Freude, so Gerüchte in die Welt setzen oder sowas, aber deswegen, also die meisten Privatnachrichten mache ich deswegen nicht öffentlich, wenn es dann nicht irgendwie noch mehr Hinweise gibt und wenn sich die Hinweise dann nicht verdichten oder so. So, diese Nachricht teile ich jetzt mit euch, weil ich glaube, das ist wirklich sehr plausibel, denn wenn ihr drauf guckt, wann die Nachricht gekommen ist, ist die schon am Dienstag gekommen. Heute ist Freitag und gestern hat Sophia erst bekannt gegeben, dass Ayodhwan jetzt in Thailand gedreht wird und vorher wussten wir gar nicht, also wir hatten ja die Vermutung, dass es nicht mehr auf Paros gedreht wird, aber wir wussten eben nicht, wo, also dass es jetzt wirklich dann in Thailand ist und diese Nachricht habe ich, wie gesagt, schon am Dienstag bekommen, nur jetzt eben erst gesehen und deswegen ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr wahrscheinlich, dass das tatsächlich stimmt und dass diese Person tatsächlich, Mike Heiter, im Flugzeug nach Koh Samui gesehen hat, weil wir ja schon die Vermutung hatten, dass Mike Heiter eventuell dabei sein könnte, der ist ja nicht so sonderlich aktiv, gerade auf Social Media und ich gehe jetzt zu 99% davon aus, dass Mike Heiter wirklich im Cast von Ayodhwan ist. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das ein bisschen kompliziert ist. Ich gebe euch erstmal die Kurzfassung und zwar geht es darum, dass Flocke, den wir als Verführer von Temptation Island kennen, mal wieder so ein Exposed-Video gemacht hat, allerdings diesmal komplett ohne Namen im Gegensatz zum letzten Mal und es ging um diesen Malle-Trip, den jetzt ganz viele Trash-TV-Stars und Sternchen zusammen gemacht haben. So, wenn ihr das ganze Video sehen wollt, das geht irgendwie 10 Minuten, dann geht bei Flocke auf den Insta-Account, den werde ich euch auch unten verlinken und da geht es eben unter anderem darum, dass ja manche von diesen Trash-TV-Sternchen 300 Euro von einem Fan verlangt haben für ein Foto, dass sich viele generell daneben benommen haben und ja, recht abgehoben sind und es ging aber auch darum, dass letztes Jahr im Sommer, da war Flocke, also da wurde ja Temptation Island gedreht und danach war er ja mit Jenny zusammen, mit der Verführerin, die so recht eng mit Tommy war, auch wenn da ja nichts gelaufen ist, ne? Aber dann wisst ihr, wen ich meine und Flocke und Jenny waren zusammen, Flocke wohnt ja in Berlin, Jenny hat ihn da besucht und es ging darum, das hat Flocke auch letztes Jahr irgendwann schon mal erzählt, diese Geschichte, zumindest so ansatzweise, ging es darum, dass in so einem Freibad oder Haubentaucher heißt das, keine Ahnung, ich glaube, das ist ein Freibad mit Bar und so, da war die Jenny eben mit einer Freundin, Flocke war nicht dabei und Flocke hat es so beschrieben, dass ein Mann, ein Kandidat aus der ersten Staffel prominent getrennt zu Jenny kam und sie da belästigt haben soll, also jetzt hier alles wieder angeblich, ne, weil Jenny äußert sich da auch zu, das werden wir uns gleich anschauen, auf jeden Fall, ja genau, dieser Mann ist eben zu ihr gekommen, war Kandidat der ersten Staffel prominent getrennt, ist mit Marlisa befreundet und soll Jenny in sein Haus auf Zypern eingeladen haben und das kann eigentlich nur Dominik sein, also Dominik, der Ex von Sarah, wie heißt sie, schieß mich, schieß mich tot, aber die war noch im Finale, egal, auf jeden Fall dieser Dominik, ich blende auch ein Foto von ihm ein, weil Dominik eben mit Marlisa befreundet ist, das ist auch offiziell bekannt, der war in der ersten Staffel prominent getrennt und der hat in seinem Profil ein Story-Highlight von Zypern, also eigentlich kann es nur Dominik sein. So, das ist eben der besagte Dominik und Flocke behauptet, dass angeblich, also wie gesagt, ich muss mich wieder vorsichtig ausdrücken, weil Jenny, das gucken wir uns ja gleich an, die dementiert das, dass das so passiert ist, hat das also schon klargestellt, aber Flocke meinte eben, dass Dominik Jenny belästigt haben soll und hier unter anderem sogar zwischen die Beine gegriffen haben soll. Und jetzt schauen wir uns an, was Jenny dazu sagt. Ja, die gute Jenny scheint ziemlich sauer darüber zu sein, auch verständlicherweise, denke ich, benutzt auf jeden Fall sehr, sehr viele Ausrufezeichen hier und sie schreibt dazu, habe auch noch den Verlauf, wo ich schreibe auf das Bein, also nicht zwischen die Beine, sondern auf das Bein. Von zwischen war von meiner Seite niemals die Rede, reicht jetzt langsam mal mit dem Gequatsche aus dieser Richtung. Wir sind seit Monaten getrennt, also Flocke und sie. Weiterhin sagt sie, übertreibt bitte mit diesem Thema mal nicht, es wurde absolut dramatisiert. Der Arme wird hier sonst wie hingestellt, die Hand war niemals zwischen meinen Beinen. Kurz im Gespräch auf dem Bein und das habe ich ihm auch nur mitgeteilt, weil ich keine Lust hatte, dass es in Berlin jemand sieht und direkt zu ihm hinrennt und falsche News verbreitet. Ja, es war ein normales Gespräch, hier wird jemand Unrecht an Pranger gestellt. Ja, das ist mal wieder so ein klassisches Beispiel für, einer sagt was, der andere versteht das falsch oder verdreht das, egal ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich und dann ist das wie stille Post und am Ende kommt irgendwas anderes dabei raus. Deswegen glaube ich, ist das wieder ein gutes Beispiel dafür, dass wir einfach immer vorsichtig sein müssen mit solchen News, was wir jetzt wirklich glauben, was wir nicht glauben. Wir können gerne über alles diskutieren, aber ich glaube wirklich, bestätigt ist sowas dann wirklich nur, wenn man irgendwie halt dann Beweise, Nachweise hat. Auch wenn man keine Beweise hat, heißt das natürlich nicht, dass sowas nicht passiert ist. Also jetzt nicht nur irgendwie das mit den Beinen, sondern generell irgendwelche Gerüchte über irgendwelche Leute. Deswegen, ja, wir kennen ja das Internet und wir kennen Menschen, wie man halt so Sachen weiterträgt. Und deswegen, ja, müssen wir einfach immer vorsichtig sein. Und ich sage euch Leute, ich muss heute richtig, richtig viel lesen. Also ich rede ja, ich rede ja auch viel, ich rede ja auch gerne, aber heute muss ich auch viel vorlesen. Denn wir kommen jetzt zum Thema Antonia und Eva. Die beiden haben sich im Moment oder haben sich gestern auf Social Media ordentlich gebieft. Es geht darum, dass Eva ja auch Antonia gewählt hat bei Kampf der Reality-Stars. Und Antonia hat dann eine Fragerunde gemacht und wurde gefragt, hat Eva dich wegen Paul rausgewählt? Dachte, Girls halten zusammen. Weil es ja so die Gerüchte gibt, wir wissen jetzt nicht, was stimmt, aber es gibt sowohl die Gerüchte, dass Paul und Eva, also das sehen wir auch so ein bisschen von dieser Love-Story, dass die beiden sich so ein bisschen da irgendwie annähern und flirten zumindest. Und es gibt auch die Gerüchte, dass Antonia was mit Paul haben soll. Was da dran stimmt, wissen wir bis jetzt noch nicht so wirklich. Und Antonia sagt, yes, yes, dachte ich auch. Hätte sie auch nicht gewählt, aber sie war anscheinend sehr eifersüchtig, weil sie gemerkt hat, dass Pauli und ich uns super verstehen. Also ich glaube, gut verstanden haben die sich tatsächlich. Wir haben davon, also von Paul und Antonia, jetzt nicht so viel gesehen. Aber schon, dass die beiden sich gut verstehen. Und die beiden waren ja auch noch mit diesem Danny Liedtke, heißt der, glaube ich, ne? Zu dritt auf Bali. Ich glaube, da ging es um so eine Promotour. Also ich glaube, das war schon bezahlt und jetzt kein Privaturlaub. Aber auf jeden Fall waren die drei zusammen auf Bali und scheinen sich sehr gut zu verstehen. Und Eva hat zweimal darauf reagiert in ihrer Fragerunde. Also wir gucken jetzt erst mal die erste Frage an, die noch recht, wo die Antwort recht freundlich, normal, neutral formuliert ist. Hast du Antonia wegen Paul rausgewählt? Eva sagt, nein, ich habe Antonia rausgewählt, weil ich einfach am wenigsten mit ihr zu tun hatte und sie am wenigsten entertained hat, beziehungsweise am wenigsten für mich präsent war oder sich in die bestehende Gruppe integriert hat. Aber Leute, es hätte jeden von uns treffen können. Es kann am Ende einfach nur einer gewinnen. Das ist eben das Spiel und das darf man bla 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 nicht immer persönlich nehmen, schon gar nicht, wenn man nichts miteinander zu tun hat, halt so die Floskeln, ne? Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Weil wir halt nicht dabei sind, ne? Wir sehen ja viel, aber wir sind halt nicht dabei. Und solche Sachen finde ich dann echt immer schwierig zu beurteilen. Gerade wie sehr sich jemand irgendwie integriert hat und wie, keine Ahnung, entertaining jemand war, weil wir eben wirklich nur das sehen, was die Produktion uns eben zusammenschneidet und nicht den Rest. Das wird ja auch oft gerne als Ausrede genommen, aber, also man kann ja nur zeigen, was wirklich passiert ist. Aber bei solchen Fragen muss man, glaube ich, wirklich dabei gewesen sein und wirklich dieses Leben, damit denen mal wenigstens ein paar Tage mitgelebt haben, um wirklich beurteilen zu können, wer mit wem wie dicke ist und wer sich wie integriert. Ja, was meint ihr? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. So, und dann hat Eva noch eine Story nachgeschoben, die ich schon richtig heftig finde, sag ich mal. Sie wurde noch gefragt, hast du Antonia rausgeworfen wegen Eifersucht, weil sie das behauptet? Das ist ja eigentlich fast, also genauso wie die letzte Frage, aber okay. Und Eva postet erst mal ein Foto von sich mit einem Mittelfinger. Das ist schon mal ein Statement, das ist schon mal ja nicht so nett, ne? Und schreibt dazu, deswegen sag ich, ich muss heute so viel lesen, sorry dafür, ich fühle mich wie in so einer Show, wo die immer was vorlesen müssen. Naja, jeder darf ja gern denken, was er möchte und glücklich damit sein. Ich glaube allerdings, dass Antonia leider das Format etwas verfehlt hat, wir waren nicht beim Bachelor. Also, ich bin jetzt Zuschauerin und sehe das ja alles nur von außen und sehe nur das, was die Produktion uns zeigt. Aber ich hätte jetzt gesagt, wenn mich immer gefragt hätte, was glaubst du, wer hat das mit dem Bachelor verwechselt? Eva oder Antonia? Hätte ich gesagt Eva. Weil ja Eva diejenige ist, die da irgendwie eine Love-Story aufbaut mit Paul. Ich weiß nicht, ob da auch so ein Geflirt zwischen Antonia und Paul war. Mag sein, dass wir das nicht gesehen haben, keine Ahnung. Aber wenn ich mir das als Zuschauerin, als Außenstehende so anschaue, dann sehe ich da ganz eindeutig Eva in der Bachelor-Welt, sag ich mal. Weil sie ja ein Auge auf Paul geworfen hat, was sie ja auch so sagt. Aber ja, wie seht ihr das? Also keine Ahnung, lasst mich gerne mal wissen, wie ihr das seht. Es gab niemals einen Grund für mich, auf Antonia eifersüchtig zu sein. Leider war es wohl eher ihr Problem mit mir, denn ich habe mehrmals mit Antonia das Gespräch gesucht. Sie hatte aber weniger Interesse daran. Keine Ahnung, kann man nicht beurteilen. Generell fand ich es schade zu sehen, dass Antonia sich alleine in einem Format nicht behaupten konnte und er auf Männerjagd war. Also da wieder so, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen. Ich habe echt nichts dagegen, wenn Leute, irgendwie bei BB hatten wir das ja auch mal mit Misha. Und wie hieß die denn, die Schweizerin? Keine Ahnung. So eine Love-Story. Oder das letzte Mal hier mit Jeles und Paco. Die hatten ja auch so eine kleine Love-Story. Habe ich nichts gegen. Ist alles cool. Aber das macht ja Eva. Eva ist ja diejenige, die so eine kleine Love-Story mit Paul hat und die auch offen sagt, dass sie den gut findet und mit ihm flirtet und so. Also weiß ich nicht. Da würde ich jetzt mich vielleicht nicht hinsetzen und sagen, Antonia war auf Männerjagd, wenn ich das selber gemacht habe. Aber wie seht ihr das? Naja. Damals im Sommerhaus tat sie mir sehr leid. Ich vergleiche mich nicht mit anderen Frauen. Und was meine Männerauswahl mittlerweile angeht, bin ich sehr achtsam. Denn ich trage eine große Verantwortung und mich gibt es nur im Doppelpack. Der Mann, der dazu... Och. Bla, bla, bla. Ihr werdet schon früh genug sehen, wie es mit Paul ausgeht. Ja, okay. Aber was ich auch noch krass fand, weil ich suche mal eben die Stelle. Äh. Hier, dass Antonia sich alleine in einem Format nicht behaupten konnte. Also ganz ehrlich, das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich Antonia wirklich mag, was ihr wahrscheinlich auch wisst. Aber ich finde, sie hat das gut gemacht. Also ich finde wirklich, dass sie das gut gemacht hat. Natürlich hat sie auch ab und zu mal über Patrick geredet, einfach weil die Zuschauer das wissen wollen, weil sie danach gefragt wurde und weil die Zuschauer ja auch wissen wollen, wie es da irgendwie jetzt weiterging oder wie sie sich fühlt alleine und so. Aber ich finde, sie hat das mega gut gemacht. Also und ich finde auch, dass sie ganz anders rüberkam, dass sie viel positiver rüberkam und nicht so niedergeschlagen, gut, jetzt am Ende wegen der Krankheit, ne, das ist klar. Aber am Anfang war sie viel energetischer und, weiß ich nicht, so positiver gestimmt, als in den anderen Formaten, wo sie mit Patrick war, finde ich. Wie seht ihr das? Also schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Okay, und jetzt kommt die Spoiler-Warnung. Das heißt, wenn ihr das nicht wissen wollt, was mit da mit Nico und Sarah und Thorsten Legert ist oder noch passieren wird bei Temptation Island, dann müsste jetzt das Video abschalten. Dann sage ich zu euch schon mal Tschüss und der Rest bleibt dran. Drei, zwei, eins. Wir haben ja schon gestern über die Storys von Thorsten Legert geredet, die ich ja echt daneben fand und echt respektlos fand, was ihr in den Kommentaren auch großteils so gesehen habt. Ja, falls ihr das nicht gesehen habt und noch nicht auf dem aktuellen Stand seid, dann schaut euch am besten erstmal das Video von gestern an und dann geht es hier weiter. Auf jeden Fall hat Promiflash hat auch einen Artikel darüber geschrieben, eben über diese Storys und hat gesagt, jetzt nahm der ehemalige Sportprofi, also Thorsten, Nico in Schutz. Mein Sohn ist für sich selber zuständig. Der hat eine gute Erziehung, stellte Thorsten klar. Aber es geht gar nicht um diesen Artikel an sich, sondern wir widmen uns mal wieder der Kommentarspalte. Da hat Sarah nämlich kommentiert, da weiß man, wo die verdrehte Wahrnehmung herkommt. Also man sagt ja auch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, keine Ahnung, aber auf jeden Fall schießt Sarah hier gegen, ja, Nico und vor allem gegen Thorsten. Weiß man jetzt nicht, ob die beiden schon vorher nicht cool miteinander waren. Also vermuten wir ja, dass die beiden schon die ganze Zeit ein angespanntes Verhältnis hatten und jemand hatte auch gestern kommentiert unter meinem Video, dass wohl Thorsten irgendwie ein Jahr lang oder sowas, wie lange war das jetzt, ein bisschen längere Zeit, keinen Kontakt mit Nico hatte und das ergibt Sinn, dass Sarah dann eben in der Show gesagt hat, Nico hat bei meiner Familie eine tolle Familie gefunden. Da dachte ich mir auch schon so, hm, hatte der vorher nicht schon eine tolle Familie? Wenn man jetzt gesagt hätte, okay, Zweitfamilie oder so, aber das würde das dann eben erklären, falls zu diesem Zeitpunkt eben kein Kontakt bestand zwischen Nico und seinen Eltern und warum vielleicht Thorsten, auch wenn das unvernünftig ist, das ist klar, aber warum vielleicht Thorsten Sarah dafür verantwortlich macht und vielleicht irgendwie ein Gröl gegen Sarah hegt. Keine Ahnung, wäre trotzdem unvernünftig, aber wäre zumindest so in dieser Thorsten-Legert-Welt, sag ich mal, dann vielleicht eine Erklärung, warum er nicht so ein Sarah-Fan ist. Ja, auf jeden Fall schießen die beiden gegeneinander. Ich glaube auch mittlerweile, dass die beiden tatsächlich nicht mehr zusammen sind, also Sarah und Nico. Ich kann es mir gar nicht vorstellen irgendwie. Wie geht es euch dabei? Dann kommen wir zu einer weiteren Kommentarspalte und zwar, ihr wisst ja, dass Calvin Kleinen immer die Reactions, also die offiziellen Reactions zu Temptation Island macht, schon seit längerer Zeit und auch in dieser Staffel wieder. Und davon werden ja immer so Snippets dann auch auf Insta geteilt, also so kleine Ausschnitte. Und Thorsten hat das kommentiert und geschrieben, Calvin, das ist eine andere Generation, die ticken ganz anders. Liebe Grüße, Thorsten Kassala. Und da musst du ja schon ein bisschen lachen, ne? Liebe Grüße, Thorsten. Also die meisten Leute, in so einer Kommentarspalte verabschiedet man sich ja eigentlich nicht. Aber gut, wenn man das macht, auch okay. Liebe Grüße, Thorsten. Aber dann liebe Grüße, Thorsten Kassala. Fand ich schon irgendwie eher witzig, ne? Ja, und Calvin antwortet darauf, ja gut, aber was soll ich sagen? Gegen die Jungs hab ich nix, hab ich ja nix. Werd doch bestimmt mal mit denen feiern. Aber die Vorstellung finde ich uncool. Thorsten antwortet, da bin ich auf deiner Seite, Bro. Hab eh einen dicken Hals auf meinen Sohn. So, das Ding ist, warum sagt man, das ist eine andere Generation, die ticken ganz anders? Also ja, klar, es ist eine andere Generation, die auch anders aufwächst, aber gerade so, was das Thema Fremdgehen angeht, ich sag euch ganz ehrlich, ich glaub, das war früher auch schon so, dass es Leute gab, die fremdgegangen sind. Vielleicht hat man heute mehr Möglichkeiten, wobei es auch damals, also Thorsten ist ja jetzt auch echt nicht irgendwie 100 Jahre alt oder 80 oder so, gab es auch schon Discos und Bars und die Leute haben gesoffen und ihre Hemmung verloren und so. Und ja, wie gesagt, ich war damals nicht dabei, wie das so war, aber ich glaube schon, dass damals auch fremdgegangen wurde und Leute auch Affären hatten und sowas. Ja, vielleicht, also es gab kein Social Media und Tinder und sowas, vielleicht hat das nochmal die Hemmung so sinken lassen, vielleicht hat man heutzutage noch mehr Möglichkeiten, fremdzugehen, wenn man fremdgehen will. Und damals gab es auch nicht so eine Show wie Temptation Island, aber ich sehe da nicht so einen großen Unterschied. Also diese moralischen Vorstellungen und Werte, die hat man oder die hat man nicht oder die eignet man sich im Laufe des Lebens an. Da glaube ich jetzt nicht, dass so ein großes, also diesbezüglich, bezüglich des Fremdgehens, dass da so ein großer Unterschied besteht. Und wie gesagt, damals hatten die Leute auch schon so Versuchungen, die haben Alkohol getrunken, die sind in Clubs gegangen, meine Eltern haben sich in der Disco kennengelernt, die sind in Bars gegangen, also nee, weiß ich nicht. Ich finde das keine gute, weiß nicht, ob das eine Rechtfertigung sein soll, aber ich finde das keine gute Erklärung. Und wenn das wirklich so wäre, dann würde ich sagen, es ist echt allerhöchste Eisenbahn, dass das wieder umgekehrt wird und dass der heutigen Jugend, in Anführungszeichen, wobei ich ja auch noch so ein bisschen in die Altersgruppe von Nico falle, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, Nico und ich sind auch noch so eine Generation mit ein paar Jährchen älter als er, aber dann würde ich sagen, dann ist es echt fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf und dann müssten die jungen Leute wieder vernünftige Werte irgendwie lernen oder so. Aber wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass das so ist, sondern dass das schon damals in der letzten Generation so war, dass es Leute gab, die fremdgegangen sind und Leute gab, die treu waren. Was glaubt ihr? Wie ist eure Theorie? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich verabschiede mich für heute. Das war es mal wieder. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein wunderschönes Wochenende und genießt den Freitag, genießt den Feierabend und wir hören uns dann wieder. Lieb euch. Tschüss. 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 Tschüss.